Ja, hallo zusammen Leute, willkommen zu diesem Video. Heute geht es wieder um das Limo-Projekt. Und zwar habe ich mir überlegt, was ich heute mache. Und zwar wollte ich den Kabelbaum wieder in den Motorraum führen und den Sicherungskasten wieder einbauen und so weiter. Aber das ist mir eingefallen, es sieht wieder scheiße aus bei mir. Und ich habe das ja die ganze Zeit nicht gemacht, weil die ganze Zeit die Sachen hier rumlagen halt, so von dem ganzen Motor anzubrücken und so weiter, die ganzen kleinen Kram. Und ich wollte jetzt nicht unbedingt alles wegräumen, aber es ist keine Ausrede, keine Angst. Jetzt ist alles weg. Der Anlass liegt noch da und so eine Unterdruckdose, die muss man noch mit dran machen. Ja, das werde ich jetzt alles zum Motor legen, Motor an die Seite stellen und dann werden wir hier aufräumen. Ich werde mal die Timelapse-Funktion hier versuchen. Die ist eigentlich nicht von der Kamera, sondern das ist eine App. Wir versuchen sie mal. Vielleicht klappt es und dann sehen wir hier wieder, zumindest ist es ein bisschen sauberer. So, nach unserem kleinen Timelapse habe ich schon ein bisschen vorgearbeitet. Ihr seht hier was. Und zwar habe ich das gemacht. Es war ja sauber hier eben, aber ich habe hier gearbeitet wieder. Und zwar habe ich hier alles fertig gemacht. So sieht das Ding hierher aus. Und aus dem habe ich das gebaut. Mehr oder weniger. Und ja, ich will euch zeigen, wie aus dem das macht. Finde ich schon sehr geil, ne? Wo hast du dazu genommen? Ja, klar. Ich bin lehnsmittelschwanger. Das weißt du doch. Ja, wie ihr feststellt, habe ich es zum Jens geschafft, beziehungsweise es gibt eine kleine Planänderung. Der Jens hat eine Presse. Und ich wollte vermeiden, wo hast du den anderen hängen getan? Den neuen. Da. Sitzt drauf. Genau, auf sich darauf zu setzen. Ich wollte es vermeiden, beziehungsweise umgehen, die Lager hier oben neu zu machen. Die kleinen. Außerdem habe ich auch gar kein Auspresswerkzeug dafür gehabt, weil das so ein relativ kleiner Durchmesser ist. Und wenn man das Rasslagerwerkzeug mit so einer Gewindestange da versucht durchzuschieben, das funktioniert nicht. Und dann habe ich bei dem kaputten, also bei dem alten, gesehen, dass die ganz kaputt sind. Dann habe ich ihn jetzt gefragt. Ja. Hast du ein Auspresswerkzeug mit deinem? Nein. Aber eine Presse. Damit geht das auch. Genau. Dann habe ich neue bestellt. Einmal die. Einmal die. Das sind die unteren. Das müssten die hier unten sein. Die hier, genau. Und die anderen, die kleineren, die hier, warum auch immer da so ein komisches Ding dran ist. Bleibt das ein Grunde, oder muss man es abmachen? Ich glaube, es bleibt dran, ne? Ich will es auch noch. Bleibt dran, dass hier mit diesem Sicherungsring eingebricht. Weil, ja, wahrscheinlich, da habe ich auf jeden Fall Fett drin. Vielleicht bewegt sich der innere Teil, das Äußere bleibt drin, der innere Teil bewegt sich. Weil du hast ja normalerweise auch Gummilager, wie hier. Ja. Du hast ja außen die Metallhülle, dann Gummi und dann diese Metallhülle. Und das darf sich ein bisschen verdrehen, aber noch nicht zuweht. Deswegen sollst du das ja im eingefederten Zustand auch als Festschrauben. Weil sonst reißt du dann Gummi ganz selbst. Ja, Vorsicht. Ja, hauen Sie. Es knallt. Lauter Geräusche. Oh, oh, da kann sie, oder? Nein, das ist nur das Ding drüber. Doch, ist, glaube ich, aber auch rausgerutscht. Nein, einfach nicht. Damit ihr seht, was wir meinen. Diese Schraube hat keine Lust. Keine Lust rauszukommen. Das ist die Exzenterschraube. Von der, vom Querlenker hinten. Und die hat keinen Bock rauszufüllen. Okay. Ah, schon wieder. Oh, wie so, der hat noch mehr wehgetan. Tu den Finger nicht dazu. Da ist ja wie mal dick und doof hier. Da, guck mal, den siehst du richtig. Au. Der Jens, der tötet mich. Wieso ich denn sonst will falten? Liebe Leute, wir können nicht weitermachen, weil Marc einen blauen Fleck hat. Ja. Was, du hast mich jetzt mal hier drei Wochen außer Gefecht gesetzt. Boah, ich brauch echt was mit Falten. Einmal laut, oh, schöne Kontrolle schreiben. Wir haben eine sehr sichere Konstruktion gemacht mit einer Verlängerung. Schutzbrille trage ich auch. Ja. Aber wir haben das jetzt rausgekriegt. Oh, warte, warte, warte. Die Kamera irgendwie festmachen. Und dieses Lager, wo wir, so, Kontenlanger, hat uns die ganze Zeit geärgert und er sich verletzt hat. Ja, nein, das hat mich gefüttert. Man sieht es voll witzig. Ich lasse nicht, ob wir das erkennen können an der Kamera. Ja, das ist hier vier Tonnen Druck. Ja. Die Anzeige da oben. Die sinkt ja immer wieder, weil das rausrutscht. So sieht man da auch, wie im Lager einpresst. Wenn die nur noch steigt, dann nicht mal weitermachen. Jetzt kommen wir unten dran, ne? Ich glaube, den Rest kommen wir mal in den Hammer, äh, in den Nuss. Ja, ja. Und dann, Pau. Aber wir haben es geschafft. Oh, ich wollte es auch fallen. Wir haben fast in die Klöten geflogen. Aber wir haben es geschafft. Wir haben fast in die Klöten geflogen. Ich wollte es nicht fangen, dass ich mich umfange. Ja, ja. Das ist das Lager, dann können wir jetzt mal da kurz... Endlich, ey. 30 Verletzungen. So, Runde 2, ne? Tschüss. Jetzt drückt es nicht raus. Jetzt brauchen wir was Kleines zum Eintreten. Geht aber auch mit Werkzeugen. Ja, guck mal, wie das da rausflutscht. Hat's? Das Gummi ist noch drin. Das war einfach. Jetzt müssen wir irgendwas haben, so einen Teller, den wir da drüber tun können, von den Werkzeugen, ne? So. Ich bin wieder hier. Ja, das Ganze hat ja leider nicht ganz geklappt, bei mir jetzt. Ähm. Nicht, dass jetzt einige schreien, warum das halt, wieso das nicht funktioniert hat. Manche Gegenstände, in dem Fall der Aktschenkel hier, ist halt einfach zu unpassend für so eine Presse. Beziehungsweise man braucht dann spezielle Unterlegsachen und sowas, die Jens vielleicht nicht hatte. Ähm. Und ich natürlich auch nicht verlange, von jemandem sowas zu haben. Wenn er jetzt öfter BMW machen würde, dann denke ich mir, hätte er vielleicht sowas sogar da gehabt. Ähm. Ist jetzt aber nicht weiter tragisch, weil das können wir trotzdem noch alles so machen. So, die Frage, was machen wir jetzt zuerst? Weißt du, ich würde gern das Lager da reinmachen. Ich habe das Lager hier, ähm, angeschlüpfen an der Seite, sodass diese Kante weg war. Jetzt ist so ein kleiner Grat dran gewesen. Nicht wirklich schlimm, aber in manchen Situationen passt das halt einfach nicht rein dann. Ding ist, es ist auch kein billiges Lager, also es ist ein Febi-Lager. Und normalerweise habe ich da bis jetzt keinerlei Probleme mit gehabt. Wir versuchen das jetzt einfach mal hier mit dem Schraubstock. Ich weiß nicht, wie weit der auch geht. Ich hoffe, er reicht. Das Ding ist, so müssen wir alle anderen Lager auch einpressen jetzt. Und ich denke, jeder von euch hat schon mal so eine Situation gehabt, wo es quasi einfach mit sowas gemacht werden muss, was eigentlich nicht dafür gedacht ist. So, jetzt müssen wir gleich aufpassen, weil das Lager ist hinten größer. Das war beim letzten Mal auch ein Problem bei mir. Wie habe ich das da gemacht? Das Lager steht an den Seiten ein Stückchen raus. Ich glaube, ich habe da von meinem BGS-Werkzeuges genommen. Weil eigentlich gibt es ja so einen Teil dafür hinten, aber da habe ich das letzte Lager reingedrückt und nicht mehr rausgekriegt. Wir brauchen nur noch einen halben Zentimeter vielleicht. Ja, das ist aber ein bisschen drin, würde ich sagen. Ja, da ist es. So muss das sitzen. Eins von drei. Leider hat der Jens nicht mehr Zeit, dass wir die anderen noch machen. Den anderen Träger haben wir fertig. So, nach gefühlten 20.000 Stunden habe ich eins, eins der drei Lager drin. Ist das ein Krampf. Es ist einfach echt ein Krampf. Ich habe das Werkzeug, was ich benutzt habe, um das Längsleckerlager rauszuholen, das ist das hier. Ich muss das hinlegen, das ist heiß, weil ich es ausgebrannt habe gerade eben. Da lag noch das andere alte Lager drinne und ich habe es nicht rausgekriegt beim letzten Mal, weil auch meine Propanflaschen hier, also die Kartuschen leer waren. Ich habe das jetzt einfach heiß gemacht, so heiß wie es ging und dann mit dem Bohrer. Einfach mit dem Bohrer rein, sodass ihr halt einfach dazwischen das Gummi und der Kante kommt. Dann bröselt euch auch das äußere Teil hier weg. Ich weiß nicht, was ist das? So Gussalu oder so, was ist das ja hier? Ich habe sogar noch ein Stück hier. Hier. Und das bröselt dann einfach weg. Das ist schon sehr geil. Ja. Hat geholfen. Wir haben es auf alle Fälle jetzt raus. Jetzt steht aber immer noch im Raum das andere Lager. Also mit der Presse beim Nieren ist es auf alle Fälle wesentlich einfacher, aber halt auch nicht hundertprozentig, weil wie gesagt, das passt ja alles nicht da rein. Was auch Problem ist, wir müssen das Lager reindrücken. Wir dürfen eigentlich nur auf diese Kanten hier drücken, um das einzupressen. Wir würden jetzt hier drauf drücken. Es ist die Frage, ob das okay ist oder nicht. Ich glaube, nein. Sieht aus mit der Nuss. Die geht nicht mal über das Plastik hier drüber. Aber ich meine, wenn sie über das Plastik drüber gehen würde, wäre sie fast perfekt. Ich überlege mir was. Und wenn ich denn eine Lösung gefunden habe, dann erzähle ich euch das. Wenn nicht, muss ich mir was anderes reinfallen lassen. Keine Ahnung. Weil meine Motivation lässt gerade auch sehr, sehr nach. Das muss ich zugeben. Nicht die fein englische Art, aber ich habe es irgendwie geschafft. Das Lager ist da drin. Ich habe es zwar dermaßen mal testiert, das Lager selber ist noch ganz, also das ist nicht kaputt. Aber die ganze Metall außenrum, Hammer und was auch immer. Ja, das ist sehr, sehr perfekt. Boah, das ist doch richtig gut. Ich werde die ganze Zeit überlegen, ob ich weitermachen soll oder nicht. Das Ding ist, dass die Dinger, die Töpfe zu klein, zu groß sind, und der nicht da drüber geht. Das bedeutet, der drückt sich halt immer schräg da rein. Und irgendwann hat er dann gesagt, von wegen, jetzt muss ich das Lager weitergehen, anstatt mich weiter reinzudrehen. Irgendwann ist ja auch Ende, irgendwann dreht er sich nicht weiter ein. Was eine Kackarbeit. Aber wir haben es geschafft und gemacht und versucht beim Jens und ich habe mir natürlich den Finger wehgetan, wie immer. Ich verletze mich immer, vor allem beim Jens. Ich glaube, der hat es auf mich abgesehen. So, Leute, wir machen da weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehören haben, voller Frust. Also ich zumindest. Ich weiß, wie man das richtige Werkzeug dafür hat, dann funktioniert das auch einigermaßen. Aber wie gesagt, ich hatte es nicht. Und es war einfach eine Höhenqual eigentlich, die Dinger da reinzubekommen. Aber wir haben es ja geschafft. Und ich darf mich nicht beschweren, ich muss das ja theoretisch nicht machen. Aber ich mache es ja trotzdem, weil, just for fun. Wobei das jetzt wirklich nicht viel Spaß gemacht hat. Naja, wie gesagt, das wird beim nächsten Mal. Ich werde mir auch ein richtiges Werkzeug dafür besorgen. Oder eins bauen. Weil, wie gesagt, das ist wirklich schwer mit den Tellern hier, die nicht richtig passen, dann da hier drüber zu arbeiten und was auch immer. Lassen wir das, weil da ärgere ich mich nur mehr drüber. Was wir jetzt machen und zwar ist das der Radlagerwechsel. Das Radlager muss hier ja auch gewechselt werden. Und das ist eigentlich auch Sinn und Zweck gewesen in diesem Video. Die Axtchenkel werden wir dann auch abschleifen hier. Und den genauso lackieren wie die anderen. Die Sachen jetzt auszupressen, also im Endeffekt müsst ihr jetzt das hier auch auspressen. Das ist wirklich auch wieder so eine Sache, wo ich sage, na, da hätte man es auch besser lösen können. Beim letzten Mal habe ich mir was kaputt gemacht, das zeige ich euch jetzt. Und zwar haben wir hier meinen BGS-Koffer. Das ist ein spezielles Radlagerwerkzeug, was halt wirklich für Radlager geeignet ist. Das Problem ist, wenn sich ein Teil schief stellt, dann habt ihr ein echtes Problem. Je verrosteter sind, desto schlimmer wird es und so weiter und so weiter und so weiter. Diese Stifte sind dafür da, um die Narbe herauszudrücken. Die drücken hinten gegen, könnt ihr euch auch suchen. Hier sind relativ starke Gussteile, wo ihr gegendrücken könnt. Dafür sind die da. Die sind dafür da. Jetzt haben wir ein Problem. Wenn, wie gesagt, von der Länge her das nicht mehr ganz passt und ihr das nicht ganz rauskriegt, stellen die sich erstens, seht ihr, dass das hier schon eiert. Dann habe ich eins, was komplett abgebrochen ist. Ich sage mal so, das passiert. Das muss passieren, das gehört dazu. Ich habe mir da natürlich Ersatz besorgt. Und zwar habe ich mir ganz normal dieselben Schrauben nochmal in etwas länger vor allen Dingen. Also sie sind einen Zentimeter länger. Und es muss eine bestimmte Steigung haben. Also die müssen ein bestimmtes Gewinde haben, damit die hier reinpassen. Das ist wie bei den Radbolzen. Die müssen, wie gesagt, da reinpassen. So, im Grunde genommen reichen zwei Stück. Fürs Gewinde. Ah, guck so lang. Dann haben wir noch ein paar mehr Schrauben besorgt. Der hier zum Beispiel war noch gar nicht in Benutzung. Ich habe fünf oder sechs Stück gekauft. Weil bevor die wieder kaputt gehen und man hier steht und das nicht rauskriegt. Auch wenn der Bolzen okay aussieht. Es muss irgendeine Kleinigkeit gewesen sein, die der überhaupt keinen Bock drauf hat. Irgendwas, was den Jutsi daran gehindert hat, sich hier reinzudrehen. Weil der hier geht wunderbar rein und das ist mit der Hand. Mal versuchen, ob es so klappt. Ihr müsst euch halt immer relativ so Punkte suchen. Wenn ihr dieses alte Blech hinten drauf lasst, dann geht das ein bisschen einfacher. Ihr könnt euch auch zur Not irgendwas dahinter legen. Irgendeine Platte, also eine etwas dickere Metallplatte oder sowas. Hilft ungemein. Zum Beispiel so ein Flacheisen hier. Sowas. Wäre natürlich perfekt dafür, das dahinter zu legen. Solange ich keine wirklich feste Position gefunden habe. Nicht mit Gewalt. Weil dann macht ihr natürlich die Schraubenunterkante kaputt. Das könnte gehen. Dann brauchen wir sie mal hier. Das könnte auch gehen. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, dass sie auch wirklich treffen. Wie gesagt, nicht, dass ihr jetzt hier an einer Kante seid. Und euch diese Mutter quasi wegläuft. Diese Schraube meine ich. Weil durch diese Drehbewegung, ist ja klar. Seht ihr? Jetzt habe ich die zum Beispiel versägt hier. Jetzt haben wir nämlich ein Problem. Aber es ist ja mal so, es geht noch. Es ist sogar schon fast draußen. Jetzt habe ich zum Beispiel, jetzt ist der so weit, dass er hier an der Seite hinten rausgekommen ist. Das darf natürlich nicht passieren. Das soll nicht passieren. Das sieht sehr, sehr gut aus. Das lage ich schon halt draußen. Das war das ganze Hexenwerk, um die Narbe abzubekommen. Und wie gesagt, wenn die ganzen Sachen drauf sind, habt ihr zum Beispiel auch Schraubenlöcher hier. Die könnt ihr natürlich auch perfekt benutzen, um dagegen zu drücken. Das ist auch richtig gut, weil da sind die ja meistens relativ starr, also verstärkt halt. Die müssen ja auch die Schraube aushalten. Deswegen ist das eigentlich ganz gut. Ich weiß nicht, ob es da bestimmte Punkte von BMW gibt oder so, die man da einhalten kann. Ehrlich gesagt, weiß ich das nicht. Wenn ja und ich finde, schreibe ich die unten rein. Wenn nicht, dann halt nicht. Jetzt kommen unsere Narbe ab. Die legen wir uns zur Seite, weil hier müssen wir gleich auch noch, im schlimmsten Fall müssen wir es abflexen. Da gibt es aber auch einen Abzieher für, aber den habe ich nicht. Ich flex immer hier rein, bis das Ding kaputt geht. Müsst ihr natürlich ein bisschen aufpassen, ihr dürft die Narbe nicht beschädigen. Aber es funktioniert immer. Also eigentlich hat es bis jetzt bei mir immer funktioniert. Ich weiß nicht, ob ich das heute machen kann, weil wir haben Sonntag. Und ich würde meinen Vermietern nicht so gerne auf den Sack gehen am Sonntag. So. Wenn mir die ganze Scheiße nicht gleich hier rausfällt. Leg ich sie schon mal raus. So. Wir haben hier nämlich ein Sicherungsring drin, ne? Wie ihr seht. Ich tue jetzt mal den Kasten hier weg. Oh, der stört mich. Wie gesagt, wir haben jetzt hier das Radlager mit einem Sicherungsring. Damit das Radlager nicht raus kann. Da braucht ihr einen speziellen Zanger. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie die Dinger heißen. Komm gerade nicht drauf. Aber das sind solche Zangen hier. Die haben so einen speziellen Namen. Ich weiß nicht mehr genau, wie die heißen. Komm nicht drauf. Auf alle Fälle gibt es die in mehreren verschiedenen Ausführungen. Ich habe mir so ein Set hier gekauft. War bei Ebay, glaube ich, oder so. Die gibt es dann in verschiedenen Formen. Wenn ihr drückt, gehen die zu. Wenn ihr drückt, gehen die auf. Spitz und gebogen und so weiter. Aber das müsst ihr selber rausfinden, welches ihr am besten findet. Ich persönlich finde die am besten. Weil man damit am besten so arbeiten kann. Das Problem ist, wenn die jetzt so alt sind, dann müsst ihr die, das habe ich nämlich schon ein paar Mal gehabt, mit dem Schrauben sie so ein bisschen vorlockern. Schraubendreher, Entschuldigung. Das ist aber jetzt schon so eine Sache. Wie gesagt, das passiert immer eigentlich. Wenn die so alt sind, dass ihr die relativ schwer... Ah, jetzt, da seht ihr, jetzt lässt er sich bewegen. Sollen wir das mit dem unteren auch noch machen. Ja, da kommt er. Und dann zusammendrücken. Aber wenn ihr dann noch trefft, nicht wie ich, wie so ein Idiot zusammenzuckt. Ich habe so eine Schelle schon mal quer durch die Halle gejagt. Das ist echt aufpassen. Sollte eigentlich jetzt gehen. Wie gesagt, wenn die so alt sind, dann sind die echt ein bisschen schwer abzukriegen. Ja, da kommt er. Ah, den haben wir raus. Jetzt können wir das Lager von hinten nach vorne rausdrücken. Jetzt braucht ihr auch einen, so einen alten runden Teller, der hier vorne drauf passt, ohne da rein zu passen. Der ist zum Beispiel jetzt schon zu klein. Der passt nämlich quasi da rein. Der muss da drüber passen. Ganz, ganz richtig. Wir haben ja hier ein paar mehr bei mir in dem Set. Ich muss mal die nichts größeren. Und wenn ihr seht, ah, das passt. Perfekt, ja. Das Lager würde da reinpassen. Also das neue Lager würde hier durchpassen. Und das ist der Punkt. Das brauchen wir. Dann brauchen wir natürlich noch das Gegenstück dazu. Das ist der hier. Das ist auch derselbe wie bei dem anderen Teller hier. Vorgemerkt. Weil die sind so abgestuft. Dann haben wir hier zum Beispiel so. Passt der jetzt auf der Reihe. Dann brauchen wir den größeren. Und natürlich brauchen wir auch noch ein Lager, was von hinten das Ganze rauspresst. Dazu nehmen wir uns jetzt hier so zu den Teller und gucken, welche da am besten passen. Der zum Beispiel ist zu groß. Er hat das ja schon ein paar Mal gemacht. Das ist, die sind bei mir ein bisschen dreckig. Ich weiß ungefähr, welche man braucht. Der passt perfekt hinten rein ins Lager und durch das Loch hinten von der Narbe. Ist eigentlich ganz easy. Jetzt müsst ihr, ich erkläre es euch mal eben, da drüber. Hinten kommt eine Mutter und zieht das Lager hier rein. Mit einer Gewindestange, die hier durchkommt. Es ist wirklich, wenn man es einmal verstanden hat, ist es wirklich einfach. Dazu gibt es dann noch sogenannte Abstandshalter, damit ihr nicht zu viel schrauben müsst, weil die Stange ist gefettet. Und das lässt sich halt sehr nervig drehen. Die Mutter darüber zu drehen. Das Ganze ist auch gelagert, was ganz wichtig ist. Da müsst ihr aufpassen, weil diese Kugellager, die, 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 ich sag jetzt mal so, die verabschieden sich schon mal. Ähm, wie gesagt, aufpassen. Bei mir fehlt schon eine Kugel leider. Ähm, aber es funktioniert trotzdem noch genauso. Guckt drauf, dass es immer gut gefettet ist hier. Und vor allen Dingen, es darf kein Dreck da drin sein. Das ist ganz wichtig. Hier drin darf kein Dreck sein. Fett ist okay. Dreck, nein. Fett ist Fett, kann ruhig da on mass drin sein. Je mehr Fett in dem Fall, desto besser. Das ist aber eine scheiß Arbeit, also ihr habt wirklich fettige Finger hinterher. Ähm, so, jetzt machen wir den Teller. So, schon mal an. Zack. Jetzt, ähm, das ganze Paket nehmen wir und stecken das durch. So. Jetzt müssen wir unsere, was wir auspressen hinten, hinten drauf. Und das muss auch richtig da rein. Können wir unseren Abschluss halten. Müsst ihr nicht benutzen, könnt ihr benutzen. Wie gesagt, da braucht ihr nicht so viel Schrauben. Und unsere Mutter. So, die wird das hinten drauf gedreht. Wie gesagt, das ist jetzt das Nervige, weil das nämlich relativ lang ist. Dann kann das nämlich ein bisschen dauern. Und warum ich das Ganze im Sitzen mache, falls das jetzt einer fragt, von wegen, sitzt die ganze Zeit. Ich setze mich hin, damit ihr was sehen könnt. Wenn ich mich hier nicht hinstellen würde, würde ich hier nichts sehen. Und nein, es ist keine Rechtfertigung, das ist eine Feststellung. Jetzt haben wir das hier angezogen. Auf der Rückseite ist ein 32er. So, den nehme ich jetzt mal. Den braucht ihr auch nicht wirklich festhalten. Das Problem ist, vorne ist ein 38er. Ein 38er habe ich nicht. Ich habe auch gefragt, überall, da muss man noch mit einem Adapter arbeiten, dass das auf eine Halbzollknarre passt. Ich glaube, von Zoll auf Halbzoll oder sowas ist das dann. Hier gibt es einen Adapter, dann könnt ihr den hier drauf. Das ist quasi eine größere Nuss. Habe ich nicht. Dazu habe ich mir dann den hier gekauft. Der war günstiger als alles andere, was ich gefunden habe, weil diese Nüsse gibt es dann nur von BGS oder HZ oder wo auch immer. Und das war mir für einmal Usen oder halt, ich sage jetzt mal, zwei, dreimal, weil ich das Ding benutze, ein bisschen zu viel, weil sonst brauche ich diese Nuss eigentlich nicht. Und das tut es genauso. Das ist, wie gesagt, ein Engländer, nennt man den, glaube ich. Den kann man grösentechnisch einstellen, wie man den braucht. Wir brauchen, wie gesagt, 38 und das passt hier perfekt. Habe ich keinerlei Probleme bis jetzt mitgehabt. Funktioniert auch super, weil die Schraube halt so groß ist. Bei kleineren Sachen würde ich sagen, ist ein Engländer nicht so der Hit. Weil ihr drüber rutschen könnt. Aber hier ist es halt so große Fläche, da macht das nichts. Meiner Meinung nach zumindest. Ich kann mich ja das Bessere belehren. So, jetzt ziehen wir einfach nur das Ganze fest. Das ist halt immer der erste Moment, ist halt immer ein bisschen schwierig. Und vor allen Dingen ist das bei mir jetzt gerade sehr kacke eingespannt. Nur, damit ich es euch zeigen kann. Wie gesagt, wenn das einmal rollt, dann rollt das. Ihr könnt es unter Umständen auch warm machen außen. Und das alte Lager könnt ihr auch ins Gefrierfach packen. Äh, das neue Lager, Entschuldigung. Das neue Lager ins Gefrierfach packen. Das geht nämlich auch. Aber ich habe es bis jetzt nie gebraucht. Ich habe es auch nie warm gemacht. Dann tut es ein bisschen mit Flutschi eingesprühen. Und dann geht das neue Lager auch da rein. Das muss jetzt eigentlich gleich kommen. Wie muss das los sein? Autsch. Da ist es. Das war es. Jetzt in dem Moment meine ich jetzt zum Beispiel, wenn das Kugellager hier halt frei hängt, also das ganze Lager frei hängt und nicht mehr drin hängt, müssen wir aufpassen. Na, da kommt schon eine Kugel. So. Und hier ist jetzt unser ganzes Paket. Und da war das Lager drin. So. Hier an die Seite hier. Hier haben wir unsere Abschlussseite. Hätten wir das jetzt nicht, hätten wir das ganze Stück auch noch drehen müssen. Dafür ist das Ding zum Beispiel da. Zum Beispiel. So. Hier haben wir unseren Teller. Jetzt kann ich das uns mal noch zeigen. Der geht genau hier durch. Kannst du sehen? Nicht 100 Prozent, aber das ist auch nicht schlimm. Der muss halt nur die Großfläche des Lagers erwischen, um es rauszudrücken. Der andere, der hang hier neben. Der hier geht es hier genau perfekt durch. Das ist eigentlich eine perfekte Sache. So. Jetzt können wir unseren Teller abnehmen. Ach so. Und damit haben wir unser Radlager. Ich weiß nicht, ob es kaputt war, ehrlich gesagt. Ich meine ja, aber ich bin mir nicht sicher. Aber wie gesagt, wir machen das ganze Ding hier schön. Und somit ist es eigentlich egal. Wir werden es trotzdem neu machen. Jetzt damit sind wir fertig. Das Lager ist raus. Jetzt können wir eigentlich weitermachen mit Säubern. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.